Wir sind beim Kapitel Anwendungstraining und dieses Kapitel ist aus meiner Sicht das schwierigste Kapitel, aber auch das lohnendste Kapitel in diesem gesamten Online-Kurs. Hier geht es darum, dass man spezifisches Wissen, Fachwissen vermitteln will an seine Spieler, die ja zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendetwas beobachten sollen, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Das ist nicht ganz einfach und wenn man Erfahrung hat im Volleyball, dann werden einem viele Situationen bekannt vorkommen und man verhält sich instinktiv in der einen oder anderen Weise. Aber diese Erfahrung zu vermitteln, jungen Spielern, Nachwuchsspielern, Leuten, die das noch nicht wissen, bestimmte Dinge zu erklären und hier einen Blick in die Zukunft im Grunde zu schulen, das ist im Grunde der Aufgabenbereich hier im Anwendungstraining. Und es geht darum, die Spieler dahin zu bekommen, dass sie frühzeitig eigene Entscheidungen treffen können und auf Basis dieser Entscheidungen dann bestimmte Handlungen einleiten. Das ist spannend, das ist schwierig, aber es lohnt sich ungemein und es sorgt dafür, dass auf dem Feld viel mehr los ist, viel mehr Bewegung ist. Und von daher sei gespannt, was in den nächsten Lektionen hier des Anwendungstrainings noch weiter auf dich zukommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.